Aber wir quatschen hier erst mal mit dem alten Wuchs. Äh... Sie ist für Sia bestimmt. Ist das nicht Zulfs Handschrift? Von was hast du dich damals auf der Brustbeerklippe ernährt? Unsere Hauptstoffe sind nicht einfach diese Tage, aber wir werden es nehmen, was wir können. Die Note sagt es plain. Zia, geh weg, um die Wahrheit über die Klamide und unsere Menschen zu lernen. Ich werde warten. Sincere Zulf. Was können wir denn... achso, das sind einfach nur mehr Aufgaben, ne? Nehmen wir einfach das hier. Ah, guck mal hier, wir haben es abgeschlossen. Ähm... Ich kann ja lernen. Erreiche die verlangte Anzahl von Geheimfertigkeitstechniken. 20. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Cash wir bekommen haben. Ich glaube 2000, ne? Ja. Ähm... was ist hier? Ach genau, die neue Waffe. Oder... Trapper Schlinge? War das das? Ähm... Ein ausgefeiltes Fallenset, das plötzlich aufspringt, um sämtliche Kreaturen in der Nähe des Anwenders außer Gefecht zu setzen. Von Trappern angewendet, wenn die Jagd nicht planmäßig verlief. Nehmen wir mal das. So, jetzt gucken wir mal hier unten noch. Direkt mal schön gekauft. Ähm... Okay, können wir das alles kaufen? Ne, dafür haben wir zu wenig. Ähm... Ich kaufe hier aber erstmal... Es klingelt... Einen Moment! Ah, so, mein Dingsy ist angekommen. Mein Micro-Versus-System. Ah, was wollte ich denn jetzt noch kaufen? Der Tier... Oh, der Tier... So. Und jetzt? Gehen wir noch zum Kochtopf. Okay, das ist jetzt wieder sowas wie... Ähm... Mit der Pfeife. Nächster Halt, wer weiß wo. Oh... Ist da oben? Da sitzt jemand. Was sieht schon wieder sehr geil hier aus. Okay... Scheiße, ich hab die Waffen nicht gewechselt. Ich hab die Waffen nicht gewechselt. Kling mal hin. Wie viel gibt's denn diesmal? Wie viele Wellen... Ich hab hier noch eine interessante... Ich hab hier noch eine interessante... Fertigkeit gekommen. Fertigkeit gekommen. der Beast schief. Guck mal an... A Mama passed away from Burthen complications... Leaving the girl trapped inside that city... With no one but her father. Binge schlafen als Ange. In der Nacht. Ich kriege auf jeden Fall wieder gut Cash. Oh ne, ich bin so f***ing. Ich bin so f***ing. Ich bin so f***ing. Okay, der ist hier nicht. Ist das schön? Schön aus dem Entfernung. Ich bin so f***ing. Der Vater sagte nichts von der Ura-Herr-Herr-Tich. Er sagte nichts von den Mansers. Es ist für Ihr eigenes Gut, er sagte. Ich bin so f***ing. 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 Ein Mann stand für sie, aber so hat er es zu glauben. Er wusste viel von ihr, und sie fühlte sich über ihn. Ah! the young man convinced her to take him to a family den to meet her father Gibt es noch Gesundheit drin? Das finde ich ganz geil. Ihr Vater flieh in eine bessere Wälder und sie rauskriege sie. Okay, der ist über. Der andere hat sich hinten ein bisschen festgepackt, das war ganz gut. Sehr schön. Der junge Mann hat nie gesagt, dass die Urra's native language nicht zu sein ist von foreigners. Das ist ein terrible insult. Oh, das ist ja cool. Oh, sieben Stück. Sehr schön. Ah, zwei! Aber es sind nur kleine, ne? Ist das gut? Wow. Oh, die kleinen sind so egelhaft, ne? Nun habe ich eine Zeit für B grandes. Ah, das ist ja cool. Ich brauche die Einladung zu sehen. Oh, das ist das! Okay. Okay, der eine ist kaputt. Oh, noch in der Kier war einweinig. 4 noch, ich glaube das wird nix. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das sieht gut aus. Das war's für heute. Schau mal, dann. Was bist du denn? Was ist alles? Eines noch Fuck, wir müssen die mal selber gucken. Das war irgendwie klar, dass das irgendwann mal kommt. Abschließend Ich guck wieder abschlossen. Okay. Eieiei. Klausel kaputt wie vorher. Gut, ich hoffe mal, dass das Spiel jetzt gespeichert hat. Ja gut, ich war zum Ende hin doch recht leise, würde ich mal sagen, weil es doch sehr anstrengend war. Ich hoffe, euch hat die heutige Aufnahme gefallen und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich kann ja gerade mal gucken, wie das nächste Level dann heißt. Die Schäden sind schwerer zu finden. Toinnen. Ich hoffe, euch compose.